Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von StarOcta. Es wird krass gerade. Letzte Folge richtig viel. Lass ich sprechen? Stehlen? 10%? Ja. Dein Taschtieb war nicht erfolgreich. Aber du möchtest, dass ich mir ansehe, was du geschrieben hast? Verkaufen? Verkaufen? Nee. Stehlen? Nochmal? Verkaufen? Ja. Nicht erfolgreich? Nein, ich will nicht mit dir reden. Nein. Okay. Nochmal. 10%. Erfolgreich. Haha. 5%? Oh. Weil ich gestohlen habe wahrscheinlich. Hat sich die Freundschaft verändert. Okay. Das ist ein riesen Gebäude. Willst du mich verarschen? Wo ist denn das? Ah. Hier jetzt. Die Räume sind hier nicht zugänglich. Okay. Wir sind jetzt in einer Stadt, oder? Alter Schwede. Da drüben wäre eine Nebenmission. Die werden wir annehmen, sobald ich hier drin war. Kaufen. Okay. Ja. Ja. Passt schon. Warte. Konnte ich da was machen? Nee, das ging nicht. Das sah so auffällig aus. Okay. Hast du was für mich? Kaufen? Oh. Alter. Das ist unglaublich teuer. Rainer. Sie braucht auf jeden Fall. Was ist das? Ein... Was ist das? Einники... Maschine... Maschinelle Faust. Okay. Ach, kriege ich sie jetzt als Partnerin? Okay, cool Habe ich sonst irgendwas? Das ist jetzt fertig Okay Ja 240 Schaden mehr Ja 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 Okay, wir sind Richtig am Start Ich könnte auch gleich verkaufen, oder? Verkaufen Ja, weg Okay Okay Okay, die habe ich zweimal Okay Ich habe viel Müll dabei Aber nach dem ganzen Gequatsche Ich habe jetzt gerade echt keinen Bock Hier nochmal Die wären viel Kido, ne? 290 Da gibt es was Besseres Okay Okay Die Peitsche habe ich hier gar keine Ahnung Also Also Für Kido Würde ich jetzt schnell ausrüstern Kido Wo bist du? Hier Buch Bisschen Leben Angriff dazu Let's go Okay Okay Und Kaufen Ja, dass sie eher ein bisschen mehr Rüstung hat Würde mir helfen Weißt du was? Sonst Ja Okay Das war wichtig Hier Kaufen WP MP Okay Ich kaufe nur noch MP, ne? LP Einverbündeter Das Rest habe ich maximal Obwohl Ich könnte jetzt Wisst ihr was? Ich mache jetzt ganz kurz Pause Für euch Und ich schaue mal Die ganzen Levels und so Werde ich jetzt eintragen Und so ein bisschen verstärken und so Das mache ich jetzt Dann sehen wir uns gleich wieder In einer Sekunde Für euch Für mich Ich werde das jetzt machen So Bis gleich Und da bin ich wieder Ich habe jetzt hier Jede Menge ausgesucht Ich kaufe jetzt hier noch schnell ein So Dann habe ich ein bisschen was auf Vorrat Ausrüstung habe ich jetzt nicht großartig viel Neues Ich sollte kurz zur Gilda gehen Das ist nur eine Anschlag für Ja, okay Ansicht Ach, die kann ich mir melden Ah, die hier Ja, habe ich einfach mal angenommen Hier ist zum Speichern Das sollte ich mitnehmen Komm Schön brunnen Wir sind jetzt einfach in einer Stadt Was für Verblichene Stadt der Zukunft Ja, so sieht das auch aus Okay Okay EP erhalten Okay Kurz speichern Sehr wichtig Und äh Wir müssen hier lang Direkt auf die Kamera zu Da ist ein Roter Oh mein Gott Ist das hier so hart Oh ja Ich habe die Fähigkeiten verändert Und das ist krass Hurricane Flash Okay Wie viel kriege ich dazu Ein bisschen was Sie ist level up Das Ding ist Da war jetzt ein Roter Oh mein Okay Violette Sind jetzt hier nur Violette Hier ist ein Roter Angriff Angriff Entrücken Expload Okay Okay Bin fast down Gebrochen Okay Rot ist aber kein gutes Zeichen Ne Das hat fast nichts gebracht Okay Ja Farmen wir jetzt hier ein bisschen Wir schauen mal hier unten am Meer Ja 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 Direkt Schramm Okay, was sind das für Viecher? Sieht aus wie ein Tisch. Und ich habe eine Sache jetzt vergessen, seit ich jetzt hier bin. Da war ja noch was in der Stadt hier. Da war ja oben noch eine Mission. Ja, da. Ich gehe mal hier rum. Oh, süße Hunde ist. Okay. Was zur Hölle bist du denn? Es sieht einen riesigen Häschenpuppe mit einem Schild auf, dem steht Häschenpuppe. Häschenpuppe mit einem Schild erinnern. Täglich bringt Freude und Familie mit. Okay, kann ich da irgendwas stehlen? Okay. Ach, sie sahen mich. Was war mit dieser Frau? Ja. Keine Ahnung. Ist das jetzt hier drin vielleicht? Was war mit der Frau? Okay, äh. Kann ich? Kater? Ich kann zoomen. Ich kann sonst nichts. Okay. Ja, ab in die Wildnis. Ah, das... Hier zu bestehen wird schwer. Kann ich mir vorstellen. Komm. Wir müssen die jetzt... Wir sachen! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Nix tellern und weg mit dir. Alter. Ja, Level up, ja. Also, wenn ich einen roten sehe, nehme ich den gleich mit, ne? Okay. Hm. Das Ding da vorne sieht spannend aus, die Sonne. Oder was das sein soll. Oh, hi. Auch von hinten. Das war von vorne, ne? Das Ding da vorne. Ja. Was? Er ist tot? Ah, Weyna hat ihn wiederbelebt. Ach, ist das geil. Ja, du bist jetzt stärker geworden. Schön. Hm, da ist eine Truhe. Die gönne ich mir. Hier sind alle rot. Und rot heißt, sie sind über meinem Level. Ah, ja, ja. Die laufen weg, die Mädels. Ja? ok alter schwede er ist auch level up jeder kampf davon ist fast ein level up jetzt die violets der will gar nicht mit mir kämpfen sind die stärken so unterschiedlich der ist hier gefährlich das war tough ja aber jetzt pendelt sich das so ein bisschen aus ne ich muss jetzt halt trainieren wie stark sind die weil die sind im gleichen feld sozusagen die waren ultra einfach bringen aber fast genauso viel oder ein noch den da hole ich mir noch und dann geht es rein ich bin gebrochen ja ja ok aber ich finde gut dass reina und sie dahinten sind ja sie ist 50 aufgestiegen ok ab da rein da speichern wir sind jetzt level 50 ist absurd hier ist das rufezeichen hier sind betts wir haben lange nicht mehr geschlafen vielleicht werden wir ja dadurch stärker ne nein nein zweimal schlafen ist nicht gut da ist man dann müde danach müde als vorher ok ok ah ich sollte trotzdem hier ein bisschen nachgucken sind hier kisten geheime kisten die ich klauen kann von gästen ne natürlich nichts dann hier essen vielleicht kann ich hier fertiges essen kaufen gibt es hier was verkaufen ne hab alles ok danke da ist die wieder die leute kann mich einfach nicht vermeiden ha aua au au was ist mit der sie folgt uns doch nicht etwa oder nein das würde sie nicht tun ha ok ich schaue da jetzt noch kurz in den waffen shop den habe ich irgendwie übersehen kaufen ja für ihn oh oh ok zwei 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 stiefel drei nein zwei davon auch zwei zwei drei drei auch ja 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 gut Das passt, glaube ich. Und ich speichere jetzt gleich. Sonst muss ich das irgendwie noch mal machen. Und darauf habe ich keinen Bock. Seinen Zauberladen schaue ich noch kurz rein. Also in Tränke. Kaufen. Oh. Oh Gott, ist das teuer. Wieso ist das so unfassbar teuer? Ja, okay. Ergibt auch Sinn bei LP90 alles. Ich habe auch viel Geld jetzt ausgegeben. Was ist das? Okay. Das brauche ich nicht unbedingt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Mach ich mal. Das verstehe ich nicht ganz. Angriff. Das wäre halt so gut. Aber auch so gut teuer ist das. Ja. Let's go. Ab zur Mission. Wir könnten hier noch kurz nachschauen. Hier ist doch die Lady hin, oder? Hier drüben. Oh. Interessante. Nee, der Fiebel. Okay. Hat ein bisschen was gebracht. Dann gehe ich mal hier oben rein, ne? Zur Mission. Äh. Entschuldigung. Herr Null hat uns geschickt, dass wir hier ein Pannal bekommen könnten. Oh, bist du Lukas Kenney? Er hat dich bereits angekündigt. Du kannst zum Büro des Direktors gehen, wenn du willst. Okay. Direkt zum Büro des Direktors. Ach, schön dich kennenzulernen. Der Bürgermeister hat mir alles über dich erzählt. Mein Name ist Arias. Ich bin der Direktor dieses Einrichtungen. Dieser Mann ist für das Synchronart-Schrückfungsprozess zuständig. Ähm. Schrückfung? Ein Psyner. Psyner ist ein Lebewesen, ja. Aber wir müssen es, äh, wir müssen es mit Daten über seinen neuen Meister programmieren, bevor es Anweisungen und Befehle befolgt. Okay. Cool. Oh, das hört sich irgendwie grausam an. Well, die Psyner, die wir aufziehen, sind von dem Moment an, in dem sie gezeugt werden, genetisch verändert. Also ist, ist wirklich nur ein weiterer Teil des Prozesses. Klingt nicht besser. Lass uns keine Zeit verlieren. Er wird dich durch den Daten... 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 Datenzentrum... Führen, was... Lass... Äh, also lass ihn wissen, wenn du fertig Fragen hast. Ja, danke. Hm. Hier, ein Dank bitte. Jo. Das kriegen wir auch. Wir werden gleich mit den Daten nachlassen beginnen. Ich rufe dich in den Daten, wenn du bereit bist. Ja, in Ordnung. Hey, bist du sicher, dass das klappt? Wir haben noch nie mit... nicht... nie... 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 gearbeitet. Wer weiß, uns bleibt keine Wahlbefehle... Befehle von oben. Man, ich wünsche, ich könnte eine Beförderung bekommen. Wow, das ist ziemlich erstaunlich. So etwas hätte ich mir noch nie vorstellen können. Ja, krass. Claude, ähm, Lukas, ein Stück, es gibt irgendeine Möglichkeit, den Leuten auf Expel mitzuteilen, dass wir auf Energienett sind? Hm? Da hat sie recht, aus der Sicht von Expel sind wir komplett von der Bildfläche verschwunden. Also an Expel betrifft, was denn, Lukas? Ach, nichts. Ah, er hat ihnen halt noch nicht gesagt, dass der Planet zerstört ist. Nun, wir sind bereits hier entlang, bitte. Okay, let's go. Also, wir beginnen mit Lukas' persönlichen Daten. Bitte geh hinein, es ist völlig schmerzlos, das verspreche ich. Okay. Wer weiß, wer weiß. Jetzt bleib ganz ruhig, ich bin, sage, dass du dich bewegst, dass wir sind in einem Moment fertig. Okay. Hatschi! Du darfst dich jetzt gehen. Okay. Oh, schon? So schnell? Als nächster Rainer an der Reihe hier entlang, bitte. Okay, let's go, Rainer. Los geht's, entspann dich einfach. Wieso machten alle die Augen zu? Und ist ihr Kristall kein Problem? Fertig? Ich bin froh, dass es wenigstens eine Person gibt, um die ich mir keine Sorgen machen muss. Wie bitte? Wie auch immer, als nächstes bitte. Hä? Was war das? Wir haben eine Kontrolle über ein Pana verloren, an dem wir gerade arbeiten. Was? Er wird diesen Ort zerstören, wenn wir nichts tun. Lukas, let's go. Na los. Das ist jetzt genau meiner, oder? What the fuck, was bist du denn? Was zur Hölle bist du denn? Tschüss, Gott. Gegenstand? Ja, man, das ist wieder so ein Vieh, ey. LP, ich werde gut geheilt, aber... Warte, ich hab doch... MP, 30%, Rayna ist noch gut dabei, sie bräuchte noch... Gegenstand... LP... Okay, das ist aber ein schlechtes... Ja, das ist halt das Problem hier... MP, alle Verbündeten... Let's go... Let's go... Easy peasy, no? Level up, level up, level up... Noch jemand? Nein... Nun, damit hätte ich nicht gerechnet... Nicht für unruhig... Ja, aber was haben sie erwartet? Wir hatten Daten von einem äußerlichen Spez... Speziers in den Psy-N-A-R-D eingegeben. Es war klar, dass so etwas passiert. Das ist wegen mir passiert? Ein Moment mal. Denkt ihr, habt wir eine unserer wertvollen Psy-N-A-R-D verloren? Und was jetzt? Hör mal, wir waren nichts. Eine Entscheidung reicht da nicht, Direktor. Ich brauche eine Aufstockung meiner Forschungsgelder, um das wieder auszugleichen. Ja? Was für ein wirklicher Vorfall. Tut mir leid. Nein, das ist nicht deine Schuld. Es war der Psy-N-A-R-D, der deine Daten nicht akzeptieren wollte. Okay. Aber er hat dafür nicht sterben müssen. Nun, es ist offensichtlich, dass die Eingabe deiner Daten einem Psy-N-A-R-D nicht funktionieren wird. Was werden wir also jetzt tun? Nun, es gibt eine Sache, die wir versuchen können. Was denn? Das besprechen wir besser nicht hier. Gehen wir zurück ins Büro. Verrückt wäre ich doch nur ein bisschen früher daran gewesen. Ich hätte meine Exklusiv-Story auf der Titelseite haben können. Improbare니 die Kини-A-R-D und exercícios K체 merken, um den Muskeln zu sehen. Ich möchte das hören. Nicht, dass es sich großteil betreffen würde. Ich bin mir nicht sicher, worauf Sie hinausrollen, Sir. Mach hier keine Gedanken darüber. Geh einfach in den Transporter dort drüben und... Ordnung? Er ist nicht verschlossen. Du? Ja, Sir. Jawohl. Was soll das? Den Rest bekommst du auf der anderen Seite erklärt. Hoffentlich wird sich der Bürgermeister nicht beschweren. Werden wir hier in etwa... ...gegales verwickelt? Hey, ihr seid doch hier, um das Universum zu retten. Oder auf dem Weg dorthin müssen wir alle ein paar Opfer bringen. Wie meinst du das? Hör zu, willst du einen Synod oder nicht? Mach einfach. Na gut. Hä? Okay. Leute. Ja. Gut. Ich kann hier nicht raus. Es ist auch wieder überlang. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was? Ich krieg dann mein Psych-Nado-Dings da. Hab euch lieb. Ciao, ciao. Ich bin empfinde. Das ist ein Kind.